Boah, ich dachte, ich sterbe gleich. Aber Rave ist wieder da, das kann ja nichts Gutes heißen. Das kann echt nichts Gutes heißen. Der hat wahrscheinlich auch die Reihenfolge geändert. Alles klar, ich bin da. Maschinenraum. Was für ein Ton. Ah, bitte. Wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rave spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rave? Rave ist hier? Ja, Rave ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Ja, womit? So viel Geld hab ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschauen, wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gebot? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum Ersten. Zum Zweiten. Was, Salz? Bene. 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge. Du bist im Nu da raus. Na, das hoffe ich. Okay. Okay. Muss das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000 Euro. Wir sind jetzt bei 150.000 Euro. Dicht. Verdammt. Ihr Gebot, Senor, bringt uns auf 150.000 Euro. Komm schon. Hey Mann, ich bin hier nach der Zufälle. Ja, einen Moment. Ihr Gebot steht bei 160.000 Euro. Komm schon. Ja. Wir stehen bei 160.000 Euro. Wir stehen nun bei 180.000 Euro. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das Gebot liegt jetzt bei 190.000 Euro. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Ah, grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten. Zum Zweiten. Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg. Weck da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn denn kommen! Sprechen Sie! Sparischi. Gut. Hahaha! Ich habe gesagt, dass du das Kreuz hast. Der Heilige Dismus ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornist-Nest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeregelt. Diese Kühli bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Reinfahrt. Den Scheinwerfer nah. Ich hole den Wagen. Okay, hauen wir schnell ab. Du bist die Kühle bereit. Oh, verdammt! Hm? Okay, bleiben wir ein bisschen unerkannt. Denn wir wollen ja ein bisschen unerkannt bleiben. Was labere ich hier eigentlich? Jetzt warte ich kurz, bis der wegguckt. Was labere ich hier? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Okay, also mit dem Stealth hat jetzt nicht so gut geklappt. Okay, bis gleich. Ja. Ja. Okay, das kann er nicht aushalten. Ja. 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 Dann will ich das mal verdeutlichen. Na ne, die... Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Okay, halt, halt, gut. In meiner Gesäßtasche. Oh, shit. Holy shit. Nadine Ross. Ich hab deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will nicht drängeln, aber warte euch verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balser. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Äh, super Nachricht. Wohin soll ich denn? Wohin soll ich denn? Vielen Dank.